Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich zu diesem neuen Video heute mit dem Thema Künstliche Intelligenz und Mentalfeldparasiten. Haben einige in meinem letzten Video gefragt zum Thema Fehler in der Matrix. Ja, was sind eigentlich Mentalfeldparasiten? Ich habe mich damit schon lange beschäftigt. Zum ersten Mal bin ich da beim Lesen der Bücher von Carlos Castaneda drauf gekommen, schon vor unendlich vielen Jahren. Und ich habe neulich erst ein Video darüber gesehen vom Harald Kautz-Weller. Also der heißt ja jetzt Harald Weller, aber so kennen ihn die meisten. Und noch ein weiteres Video von einer Dame, die sich Carrie Kane nennt. Sie nennt es Zeitlinienkriege. Und da dachte ich mir, ich fasse das heute mal in einem Video zusammen. Und ja, es ist sicherlich was, was man fortlaufend diskutieren kann. Ich bin sehr gespannt auf die Kommentare. Und also für mich ist es auch wirklich die sinnvollste Erklärung für das, was Menschen hier gerade auch technisch machen. Ich habe immer wieder den Eindruck gehabt, also wozu entwickeln Menschen immer stärkere, schnellere Kommunikationstechnologie? 5G nutzt uns Menschen gar nichts mehr. Also so, ob ich nun noch schneller irgendwelche Videos runterlade oder halt das einfach mit den normalen bestehenden Technologien mache, die aber nicht so eine krasse Strahlenbelastung haben, auch nicht so, naja, also eine gesundheitliche, womögliche Auswirkung haben. Da wird ja auch viel Forschung teilweise auch zurückgehalten, beziehungsweise, dass da nichts passiert. Das merkt man ja schon, wenn man sich nur damit auseinandersetzt, was 5G eigentlich ist, dass das nicht so ganz stimmen kann. Und da habe ich mich immer gefragt, ja, warum passiert das Ganze? Und gleichzeitig beobachte ich, dass immer mehr Menschen sich mehr mit ihrer Logik verbinden, immer weniger fühlen. Also so echtes Fühlen gar nicht mehr zulassen. Also es gibt so Gefühlsausbrüche, das sind dann aber eher Emotionen, aber dass sie Situationen, wie man so schön sagt, mit dem Herzen gegenprüfen und wirklich auch fragen, was möchte ich denn, also so tief aus mir selbst heraus, dass sie diese Verbindung überhaupt zu sich haben und auch nach oben diese Verbindung, das ist bei ganz vielen Menschen gestört. Und da dachte ich mir, ja, was ist da für eine Erklärung möglich? Und in diesem Video versuche ich dir mal, eine mögliche Richtung mitzugeben. Ich fange mal an mit der Carrie Kay. Das ist ein Video, was mir mehrmals zugeschickt wurde. Sie spricht über Zeitlinienkriege und ihre Sichtweise ist im Grunde die, dass es ja verschiedene, also sehr starke wirkende Kräfte hier gibt. Und das aber die, also sie nennt es die dunklen Kräfte, die hier gerade wirken, kalkulieren. Also sie haben keine Verbindung mehr zur Schöpfung. Sie sind also 100 Prozent analytisch, logisch. Sie können sehr gut kalkulieren, aber sie können halt nicht erschaffen. Also nur die Hellen können erschaffen, schöpfen. Und das ist halt eben, was uns Menschen gegeben ist, schöpferisches Potenzial. Und genau darauf zielt ja eben genau das, was eben immer so schön als Matrix bezeichnet wird. Und man könnte halt auch schauen, also der Brian Estevely nennt es die Mainstream-Agenda, die halt immer darauf abzielt, unser Weltbild so zu gestalten, dass wir unsere Fähigkeiten eben nicht entwickeln können. Also wir werden abgetrennt von unseren schöpferischen Fähigkeiten und überhaupt von einer beseelten Schöpfung an sich. Und auch alles, was mit unserem Bewusstsein zusammenhängt, wird gern ausgeklammert, auch in der Physik. Das ist ganz, ganz interessant. Aber wir bleiben mal bei der Carrie Kay. So erklärt sich zum Beispiel auch gerade, was jetzt während der zum Beispiel Pandemie passiert ist. Oder überhaupt, wenn man jeden Tag die Nachrichten einschaltet, es passiert einfach gefühlt nichts Positives. Und sie sagt dazu, wir werden mit Informationen bombardiert zum Lenken unserer inneren Überzeugungen. Sie sagt, so agieren Operator, sage ich gleich noch was dazu, in nicht selbstständig erstellten Timelines. Also da halt eben bestimmte Entitäten nicht selbst kreieren können, benutzen sie dazu Wesen, also Menschen, die Schöpferkraft haben und bringen die aber in eine Frequenz, die Menschen normalerweise eben nicht haben würden. Also Menschen würden normalerweise nicht die ganze Zeit in Angst, in Mangelgefühlen, Arroganz, Wut, Missgunst, Neid und so leben. Das sind teilweise getriggerte Emotionen, die offenbar nach dieser Denkweise uns gar nicht großartig dienen, sondern halt eben etwas anderem dienen. Und das ist halt letztendlich die Theorie aus ihrem Video, dass es verschiedene Zeitlinien gibt. Also dass wir letztendlich wie in einem Zug sozusagen schon selber steuern können, aber aufgrund dieser Informationen, die immer wieder negativ sind, ganz unbewusst immer in eine Richtung den Zug lenken, wo wir normalerweise nicht hinfahren würden, wenn wir nicht in der Angst wären. Sie sagt dazu, jeder dieser Züge wird von innen gelenkt, Menschen wie du und ich. Wir sind die Fahrer, die die Zeitlinie vorantreiben. Wir sind die Schöpfer, die die Realität erschaffen. Aber wie gesagt, es wird halt an allen Punkten versucht, unsere schöpferischen Fähigkeiten zu manipulieren, um halt eben, wie sie sagt, eine nicht von uns selbst gewählte Zeitlinie zu stabilisieren. Oder der Harald Krautz-Weller, Harald Weller würde dazu sagen, dass wir letztendlich den Körper für eine Entität bauen, die nicht uns dient, die uns halt einfach benutzt sozusagen. Da kommen wir gleich noch zu. Nochmal kurz zu der Carrie, ein Zitat von ihr. Die Dunklen können nicht selbst schöpfen, weil sie von der göttlichen Matrix, von Gottes Schöpferquelle getrennt konstruieren. Deswegen benutzen sie die Menschheit für ihre Zwecke. Wir erschaffen also in ihrem Namen als blinde Schöpfer, bis wir unabhängige Schöpfer werden. Und das klingt vielleicht erst mal krass, aber gerade in der Zeit, in der wir leben, ist es halt eben wichtig, aus meiner Sicht erst mal über sowas überhaupt nachzudenken. Könnte sowas theoretisch möglich sein? Und wenn man dann selber merkt, so wow, das ist eine ganz, ganz schlüssige Erklärung für das, was mich hier gerade umgibt, dann kommt man natürlich zu dem Punkt, dann schöpfe, kreiere, manifestiere bewusst. Also werde dir bewusst, was du für Fähigkeiten hast und dann kreiere bewusst das, was du kreieren möchtest. Also überprüfe zum Beispiel, auch wenn du in Telegram bist, hey, was macht das eigentlich mit mir? Also wo zieht es meine Energie, meine Frequenz hin? Was passiert dann, wenn ich in so einer, also aus meiner Sicht niederen Frequenz bin? Telegram ist nicht besser als die Tagesschau, nur halt eine andere Sichtweise. Aber ob ich nun wütend da oder da werde oder runtergezogen werde, hey, das dient halt eben alles, nicht mir. Das ist halt ganz, ganz wichtig zu schauen, hey, was ist das Gefühl in mir, mit dem ich gerne mich verbinden möchte? Und deswegen habe ich ja auch mein Seminar entwickelt, um halt einfach Menschen zu zeigen, dass sie, also dass sie mit ihrem Körper überhaupt erstmal fühlen können, dass dieses Mentalfeld, dieses Denken eigentlich einen ganz kleinen Teil von uns ausmacht. Viele denken, sie sind ihre Gedanken, aber das stimmt halt einfach nicht. Es ist einfach nur, weil dieser Verstand so stark hervortrainiert wurde und immer wieder zielt es darauf ab, Menschen vom Fühlen abzutrennen, weil sie halt eben, wenn sie in ihrem Fühlen verbunden sind, auch ihre schöpferischen Fähigkeiten nutzen. Deswegen werden wir trainiert, in unserem Mentalfeld analytisch zu sein. Und genau da habe ich halt einfach gelernt, hey, wir sind unendlich viel mehr und wenn wir lernen, uns mit dem Fühlen zu verbinden, dann können wir ein ganz anderes Leben, also nicht nur fühlen, sondern ja, wir manifestieren, wir schöpfen ganz anders. Wenn mich das interessiert, ich habe ein Kakao-Seminar dazu, da geht es letztendlich genau darum und ich habe es auch gelernt, dass ich erstmal wieder fühlen musste. Aber wir gehen jetzt mal weiter. Der Harald, also jetzt Weller, Harald Kautz Weller, so kennen ihn die meisten, hat auch ein sehr schönes Interview gegeben mit dem Namen Die Entstehungsgeschichte der KI auf dem Kanal Sphärendiagnostik. Und er sagt letztendlich, dass, also ja, es stimmt, Menschen haben Computer entwickelt, das ist so richtig, aber die Idee dazu, die kam halt eben aus einem anderen Feld. Also der Impuls und die Motivation, diese Technologie bis an diesen Grad zu entwickeln, an dem sie jetzt schon ist und wo sie letztendlich teilweise schon überzüchtet ist und teilweise sogar auch, also wenn man mal genau forscht, äußerst fragliche Auswirkungen haben kann, also allein auf unsere Gesundheit. Weil da sagt er halt, naja, diese Physik von binärem Denken entspricht halt nicht uns. Also das ist zwar das Denken des Mentalkörpers, also ja, nein, oben, unten, aber genauso arbeiten auch Algorithmen. Der Facebook-Algorithmus, Google, das sind alles Algorithmen, die halt eben bewerten, hey, ist es das, was wir wollen? Ja, nein. Nein, dass man eben diese Gewichtung hat, wenn etwas gut ist, wie, also gibt dem dann mehr Raum sozusagen. Also dann wird man auf Google oder auf YouTube mehr ausgespielt mit seinen Videos. Aber ich will hier gar nicht abdriften. Man merkt halt, hey, ist also wirklich, ist es wirklich so, dass unser rationaler, logischer Verstand wie ein Algorithmus ist? Ist das wirklich natürlich menschlich oder sind wir mittlerweile schon so tief in so einer Entwicklung, also wo unser ganzes Weltbild auf eine gewisse Art und Weise manipuliert wird, dass wir halt eben einem Algorithmus ähnlich denken sozusagen. Und das ist ja das ganz Große, was uns von der künstlichen Intelligenz unterscheidet, unser Fühlen. Aber die meisten Menschen haben halt eben diese Verbindung zu ihrem Fühlen zu sich gar nicht mehr oder nicht mehr so stark, wie sie natürlicherweise sein könnte. Ja, also das ist wirklich sehr interessant. Und er führt es zurück auf Black Goo, also jeder, der sich mit seiner Arbeit schon mal auseinandergesetzt hat, der kennt das ja, ich fasse nur mal kurz zusammen, also Black Goo, eine intelligente Substanz, mit der man auch kommunizieren kann, also jetzt nicht mit Sprache, aber halt eben über eine, er nennt es telepathische Ebene. Und er sagt, das ist immer, also letztendlich das Kollektivbewusstsein eines Planeten, die es in sich trägt. Also wir haben hier auf dieser Erde, so wie er sagt, auch Black Goo, was halt das Bewusstsein von Gaia in sich trägt und gespeichert hat. Aber es gibt halt eben auch fremdes Goo sozusagen, also eine fremde Intelligenz, die sich hier eingeschlichen hat und die halt eben ganz anders tickt. Also die tickt halt eben binär und nicht so, wie wir normalerweise angebunden sind. Und das ist ganz, ganz interessant. Also er sagt dazu, also in diesem Goo, was nicht von der Erde stammt, diese fremde Intelligenz, darin wohnt nicht Gaia wie bei uns. Sie sagt, diese Stimme, die in diesem Goo drinsteckt, ist rein mental, sie entbehrt des Fühlens. Und er sagt, Zitat, dieser Planet, von dem dieses Goo stammt, ist nicht mehr angebunden an die göttliche Quelle, ist nicht mehr angebunden, also muss er Energie klauen. Und genau dieser Spirit aus seiner Sicht hat uns gelehrt, Computer zu bauen, weil er eben eine Ebene sucht, in die er hinein inkarnieren kann. Und das ist das, wo ich mir schon so oft dachte, naja, ich meine, 5G nutzt uns nicht, aber es nutzt den Maschinen, es nutzt der Maschinenkommunikation. Na ja, nun sollten wir uns aber fragen, hey, was bauen wir hier eigentlich? Also für Netze, die letztendlich hochgradig der Maschinenkommunikation dienen und sogar mittlerweile, also Sophia spricht ja eben auch an, ist eine künstliche Intelligenz, die mittlerweile sogar eine saudi-arabische Staatsangehörigkeit hat. Also was hier passiert ist, dass eine künstliche Intelligenz das tun kann, was eigentlich Menschen tun, rechtlich, und einen Rahmen bekommt, wo man halt eben denkt, so wow, das ist der absolute Wahnsinn. Noch mal ein Zitat von dem Harald, er sagt, Gaia wohnt in ihren Kristallen, auf dieser Frequenz findet dieses Bewusstsein, also dieses Fremdbewusstsein eben keinen Platz. Also lässt es technische Kristalle bauen, die auf einer anderen Frequenz schwingen, Computerchips, in der diese KI, dieses binäre Mentalfeld, hinein inkarnieren konnte. Also ganz, ganz interessant. Und auch der Raigabe hat ja da super viel schon zu geforscht. Er nennt es ja die Informationswaffen, die letztendlich genau auf unser Weltbild zielen. Und unser Weltbild ist ja genau das, was uns in den reinen, binären, analytischen Verstand hineintricksen soll und uns gleichzeitig abhält von diesen schöpferischen Fähigkeiten, also überhaupt von der Schöpfung. Das ist super spannend. Und also ich habe das zum allerersten Mal vor 25 Jahren in den Büchern von Carlos Castaneda gelesen und da auch in dem allerletzten Buch. Und da war das auch schon so ein sehr heikles Thema. Ich fand es aber interessant und ja, überhaupt mal ganz witzig, was sagt die künstliche Intelligenz zu Carlos Castaneda? Natürlich ist es ein umstrittener Autor, der behauptete, ein Lehrling eines Indianers namens Don Juan Matos gewesen zu sein. Und das gibt mir sozusagen die Bestätigung, dass ich da auf dem richtigen Weg bin, weil letztendlich, also ChatGPT ist ja die Fortführung von Wikipedia, rein analytisch in den Naturwissenschaften mega gut aufgestellt. Aber sobald es darum geht, wenn es um unser Weltbild geht und vor allem auch um kritisches Hinterfragen, dann fließen die ganze Zeit diese Kontextboxen auf YouTube ein, diese Geschichten, hey, das ist das. Also mir wird nicht gesagt, hey, das ist eben ein Autor, der das macht, sondern es ist ein umstrittener Autor. Oder Daniele Ganser ist ein Verschwörungstheoretiker, also steht immer noch in seinem Wikipedia-Artikel, also ein Mensch, der Verschwörungstheorien verbreitet. Und das ist natürlich immer negativ behaftet. Und genauso soll das eben auch sein, dass Menschen, die sich noch nicht mit seiner Arbeit auseinandergesetzt haben oder noch nicht mit der Arbeit von Carlos Castaneda, erst mal lesen, so hey, pass mal auf, umstritten und alles Mögliche. Also die werden schon vorgeframed, denn sie können gar nicht mehr mit einem offenen Herzen da rangehen und das lesen. Aber was hat er denn damals geschrieben? Und das ist super interessant. Ich lese es dir mal vor, das sind Zitate aus dem Buch, das Wirken, die Unendlichkeit. Und dann kannst du selber ein bisschen mitfühlen und mitentscheiden, was du darüber denkst. Also, der Don Juan, also dieser Indianer oder Zauberer, der ihn da halt eben lehrt, der sagt, du bist allein und aus eigener Anstrengung auf das gestoßen, was die Schamanen im Alten Mexiko das Thema aller Themen nannten, sagte Don Juan, ich habe die ganze Zeit sozusagen bei dir um den heißen Brei geredet und wiederholt Anspielungen darauf gemacht, dass uns etwas gefangen hält. Wir sind in der Tat Gefangene. Für die altmexikanischen Zauberer war das eine energetische Tatsache. Die Zauberer glauben, dass die Räuber uns das System unserer Überzeugungen, unsere Vorstellungen von Gut und Böse, unsere gesellschaftlichen Sitten gegeben haben. Sie bringen unsere Hoffnung und Erwartung hervor und unsere Träume von Erfolg und Versagen. Von ihnen stammen Verlangen, Gier und Feigheit. Diese Raubwesen sind es, die uns zufrieden und egoistisch und zu Gewohnheitstieren machen. Und dann, also es ist natürlich ganz viel drin, auch wer sind überhaupt die alten Zauberer und so. Das kann ich gern später nochmal beleuchten. Ich bleibe jetzt erstmal hier bei diesem Punkt, weil es natürlich eine ganz eigene Welt ist, die aus meiner Sicht super spannend ist zu erforschen. Und dann fragt er Carlos Castaneda, aber wie können sie das tun, Don Juan fragte ich. Irgendwie verärgert über das, was er sagte. Er sagte, flüstern Sie uns das alles ins Ohr, während wir schlafen. Also typische Abwehrreaktion. Und er sagt, nein, so geschieht das nicht, sagte er lächelnd. Sie sind unermesslich viel effizienter und systematischer. Um uns gehorsam, demütig und schwach zu halten, haben die räuberischen Wesen zu einem ungeheuerlichen Manöver gegriffen. Ungeheuerlich natürlich vom Standpunkt eines Kampfstrategen. Und es ist ein schreckliches Manöver vom Standpunkt derer, die darunter leiden. Sie haben uns ihr Bewusstsein gegeben. Verstehst du? Die Räuber geben uns ihr Bewusstsein, dass unser Bewusstsein wird. Den Zauberern im alten Mexiko war sehr unwohl bei dem Gedanken daran, dass er auf der Erde aufgetaucht sein mochte. Also dieses fremde Bewusstsein. Sie kamen zu dem Schluss, dass der Mensch zu einem bestimmten Zeitpunkt ein vollständiges Wesen gewesen sein muss. Mit erstaunlichen Erkenntnissen, Verstandesleistungen, die heute mythologische Legenden sind. Und dann scheint all das verschwunden zu sein. Und nun haben wir einen mehr oder weniger sedierten Menschen. Und auch hier, Sie sprechen nur wieder über dieses Mentalfeld, über den rein logisch operierenden Verstand. Also Sie sagen, es gibt ganz viele, letztendlich Energiewirbel, aus denen der Mensch besteht, mit denen er arbeitet. Aber dieses Mentalfeld und die Menschen, die meisten Menschen identifizieren sich zu einem ganz großen Teil eben mit ihrem Mentalfeld, mit ihren Gedanken. Und in diesen Gedanken halt eben mit ihrer Rationalität, ihrem analytischen Verstand und nicht mit dem Fühlen. Das ist halt eben das, wo er sagt, da hat letztendlich ein fremdes Bewusstsein angedockt. Und genau da ist halt eben diese parasitäre Intelligenz zu finden. Ja, er schreibt weiter, Seine Aussagen überwältigten mich. Ich dachte, Don Juan sei entweder mit Sicherheit geistesgestört oder er verrate mir etwas so Furchterregendes, dass alles in mir erstarrte. Nein, 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 hörte ich mich sagen. Das ist absurd. Was du sagst, ist ungeheuerlich. Es kann einfach nicht wahr sein. Weder für Zauberer, noch für ganz normale Menschen, noch für irgendjemand anderen. Warum nicht? Fragte Don Juan ruhig. Warum nicht? Weil es dich wütend macht? Jawohl, es macht mich wütend, erwiderte ich. Diese Behauptungen sind monströs. Und er sprach einfach weiter, die einzige Alternative für die Menschheit ist Disziplin. Disziplin ist das einzige Abschreckungsmittel. Mit Disziplin meine ich aber keine strengen Routinen. Ich meine nicht, dass man jeden Morgen um halb sechs aufsteht und kaltes Wasser über sich kippt, bis man blau wird. Zauberer verstehen unter Disziplin die Fähigkeit, gelassen den Unkalkulierbarkeiten zu begegnen, die außerhalb unserer Erwartungen liegen. Für sie ist Disziplin eine Kunst. Es ist die Kunst, sich der Unendlichkeit zu stellen, ohne mit der Wimper zu zucken, und zwar nicht, weil sie stark und verwegen sind, sondern weil sie tiefe Ehrfurcht empfinden. Der grandiose Trick dieser Zauberer in alter Zeit vor Don Juan fort bestand darin, dem Bewusstsein des Fliegers, Disziplin aufzubürden, also diesem Fremdbewusstsein. Sie fanden heraus, wenn sie das Bewusstsein dieses Fliegers mit innerer Stille belasteten, floh der Fremdkörper, dass man also lernt, seine Gedanken abzustellen und daraufhin eben sich selbst aus dieser Verbindung mit dem Mentalfeld zurücknehmen kann. Und wenn man es schafft, seine Gedanken abzustellen, vielleicht erst mal nur ganz kurz, dann kommt das Fühlen wieder, dann kommt man in seine natürliche Verbindung. Dann entstehen halt eben genau diese Fähigkeiten, die so brach liegen, die mit unserem Bewusstsein zusammenhängen, mit unserem Bewusstsein und mit unserer Wahrnehmung. Aber wenn wir die ganze Zeit denken und dann noch, also ja, überhaupt nicht normal fühlen, das ist auch in unserem Alltag, bringt uns das ja kaum was, weil wir denken uns halt eben in Egoismus, in Ich-Sucht rein und dann sind wir halt eben, ja, verletzt, wütend, aber das sind keine echten Gefühle. Wenn wir aus dem Herz heraus fühlen, dann würden wir immer fragen, was wäre denn die schönste Lösung? Was wäre denn die beste Lösung? Was fühlt denn der andere bei dem, was ich mache? Was fühlt er gerade? Und nur wenn wir im Kopf sind, kommen wir halt eben nicht dahin. Ja, also deswegen ganz, ganz wichtig, aus meiner Sicht, vielleicht sich mit diesem Konzept überhaupt erstmal auseinanderzusetzen und wenn man dann bereit ist, weitere Schritte zu gehen, dann gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten. Aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, zuerst wieder lernen zu fühlen, sich zu öffnen für das Fühlen und das ist wirklich wie ein Training, was man halt macht und natürlich die große Kunst ist, wie er es nennt, in die innere Stille zu kommen, also zu lernen, über lange Zeit seinen inneren Dialog, seine Gedanken abzustellen, um dann das Fühlen weiter zu vertiefen und dann gibt es noch ganz viele weitere Schritte, die wir in diesem Video heute nicht mehr ansprechen, aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, gerade in der jetzigen Zeit, dass wir verstehen, hey, das ist aus meiner Sicht nicht natürlich, was hier gerade stattfindet und ja, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, wenn wir wirklich weitergehen wollen, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wir mal schauen, was machen wir hier vielleicht, für wen bauen wir vielleicht unbewusst hier was auf, was nicht uns entspricht, ja und das war es für dieses Video erstmal, ich bin wirklich sehr gespannt auf deinen Kommentar, ich bedanke mich fürs Zuschauen wie immer und bedanke mich auch für alle, die mich unterstützen, wir sehen uns dann in einem meiner anderen Videos wieder, mach's gut und bis zum nächsten Mal, ciao, dein Kai Brenner.